Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zu Lies of P. Ähm, ich dachte eigentlich gar nicht, dass ich hier weiter mache, aber ich hab noch Zeit und will nur aufnehmen und hab irgendwie mehr Lust auf Lies of P als auf Assassin's Creed Mirage. Deswegen spielen wir weiter Lies of P. Why not? Da, äh, eigentlich will ich nochmal da oben den blöden Boss probieren. Viel zu lange Leiter. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah! Ah! And? So, komm her, du blöd. So, komm her. Ui, ui, ui. Tu da es ta? Ui. So, okay. 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 Ganz viele Halbmondsteine. Einfach volles Ergo. Und hier oben haben wir das da. Ja gut. Gemini ist Eisernerschutz. Dann zurück zum Stargazer. Kurz hinsetzen. Weiter Richtung Hotel, das gerade angegriffen wird. Aber das finde ich jetzt ganz nervig, dass ich da aus Versehen den richtigen Weg genommen habe. So, ich sehe hier auch keinen Händler mehr. Hier hinten liegt auch nichts mehr. Dann hoch da, wo der Puppenfuzzi war. Der Puppen... An dem Jahrmarkt. Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht. Ah, toll. Den wollte ich eh nochmal besiegen. Ich hoffe, bis ich jetzt lipscheine. Und jetzt sehen wir alles. Das war's. Oh. Kann ich also greifen? Nein. Oh. Gibt es den also auch noch mal verdorben. Ja, diese Greifer-Attacke ist die schlimmste von dem. Ja. Ich weiß, was für Fahrschaden ist. So, wir könnten hier natürlich... Ich weiß ja nicht, was ist denn Verfall. Das muss ja irgendwas hier sein. Säure. Nehmen wir das mal. Der sollte doch eigentlich anfällig für Feuer sein. Warum ist er das nicht so richtig? Das kapiere ich noch nicht ganz. Wir sind auch auf uns allein gestellt bei dem Boss. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das tut weh. Das war's für heute. Okay, also den schaffen wir auf jeden Fall. Das war's für heute. 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 Auf morgen, wenn ihr seht, was im Hotel passiert ist. Also, macht's gut bis dahin.